Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Forever Skies. Wir sind in der letzten Folge hier gelandet und den Posten werden wir uns jetzt hier im Schnelldurchgang durchsuchen. Doch bevor wir das machen, würde ich gerne nochmal mit euch etwas tun und zwar würde ich gerne noch so eine große Flasche herstellen, habe da ein bisschen was vorbereitet und bei der Gelegenheit sei auch erwähnt, dass uns das Polymer ausgeht, also das ist auch relativ teuer herzustellen mit diesem Öl, was wir gefunden haben, das geht nämlich langsam auch zur Neige. So, ich würde gerne mal das hier zurück tun, dann können wir das einmal zurück machen und das können wir erstmal lassen. Des Weiteren hatte ich mir überlegt, diese Flasche aufzuwerten, dafür brauchen wir aber den grünen Kolander und eine leere Flasche. Ja, das ist so ein, mit den leeren Flaschen, das ist kein Problem, allerdings der grüne Kolander, den müssen wir eben erst finden. So, und ich würde einfach mal das ganze Wasser hier rein tun, dann können wir nämlich die Flaschen früher oder später dann, ja, ummodeln, wenn wir das so wollen. So, ja, so sieht es erstmal aus. Wartet mal, da habe ich noch eine Kleinigkeit, die wir hier machen können. Ne, das muss ich mal anders machen. Geht's, einen kleinen Moment. So, dann machen wir den noch leer hier. So, dann können wir das hier austun, das können wir da reintun, genau. Und dann sollte das doch schon passen. Sauberes Wasser, das können wir nochmal trinken. Dann ist das auch leer und jetzt muss ich nochmal gucken, was ich noch zu essen habe. Das ist ja nicht so viel. Das könnte unter Umständen ein bisschen eng werden. Halt, so, einmal da rein. Ja, hier ist auch genug Wasser drin und irgendwie zuckt das Spiel hier. Bin mir nicht sicher, ob wir hier auf der Kiste oder irgendwas stehen oder dass wir irgendwie ein Gerät hier, was uns dann in das Zucken versetzt, aber von der Sache ist auch egal. So, wir sind irgendwo von hier, sind wir hier lang gekommen. Jetzt sind wir hier, unser Weg wäre also der. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob wir hier schon ehrlich gesagt waren. Das ist eben das Problem. Normalerweise hätten wir hier rüberfliegen müssen. Da ist auch ein Fragezeichen. Ja, und wir müssen den Photophobie-Virus, genauer gesagt den Vertigo-Virus, müssen wir unter Kontrolle kriegen. Das heißt, ich würde jetzt mal in die Datenbank schauen bei den Viren der Vertigo-Virus. Das Heilmittel dagegen ist Potassium, ist eine akustisch-visuelle Halluzination. Das Immunsystem ist geschwächt, weil es sich darauf konzentriert, den Körper von Giftstoffen zu befreien. Haben wir uns vielleicht bei dem hier eingefangen? Ich weiß es nicht. Medizines Patat, gekochtes Patat, Metoritenbohne oder gekochte Metoritenbohne. Ja, die hatten wir alle da, das ist uns alles vergammelt. Das ist natürlich dann der Brüller. Die Ursache ist entweder die einlullende Grasgrille oder Staubgänseblümchen, die wir so gefordert haben. Ja, das kann schon alles sein. So, ich esse erst mal was. Ja, essen haben wir reichlich wenig. Hier habe ich schon mal das Plastik weggenommen. Nur zur Info. Und ich würde jetzt einfach mal hier anfangen, irgendwie da klar zu kommen. So, dann springen wir mal hier runter. Da ist schon mal nichts. Ich mache schon mal das Licht an, dass wir was sehen. Ja, es ist manchmal nicht so einfach dran zu denken. Das muss ich so sagen. Denn wenn du hier nämlich irgendwo reingehst, ist es auch auf einmal alles weg. Haben wir den Extrakter dabei? Ja, dann sollten wir wieder rauskommen. Na gut, wir schauen mal. Waren wir hier schon gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Was ist denn das hier? Ach, das waren die Bilder hier. Dann waren wir hier schon. Aber dann haben wir ja trotzdem oben Plastik eingesammelt, obwohl wir da schon gewesen sind. Na gut, dann ist das so. Ich schaue trotzdem nochmal nach dem rechten. Ich weiß es jetzt eben nicht mehr, ob wir hier schon waren oder nicht. Sieht aber so aus. Haben wir hier noch Glas? Da drüben? Ne. Dann müssen wir nochmal rüber. Eventuell. Gut, dann haben wir das hier auf jeden Fall erledigt. Ich schaue hier drüben nochmal rein. Das sieht aber auch relativ leer aus. Jupp, 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 jupp. Da ist nichts zu holen. Dann geht es hier zurück über die Treppe. Ja, manchmal will es nicht so, ne? Da wollen wir eigentlich auch schon, ne? Aha, aha. Ich habe mal was vergessen. Ja, wir haben auf alle Fälle, haben wir noch jede Menge, Entschuldigung. So, jetzt auf alle Fälle haben wir jede Menge noch an Blaupausen zu finden. Es fehlen uns noch etliche Geräte. Definitiv. Und da müssen wir nochmal schauen, wo wir die herbekommen. Aber es gibt ja noch etliche Stationen. Wir sind hier fertig. Das war nix. Ich hätte gedacht, wir waren hier noch nicht fertig. Dann nehmen wir den noch uns vor. Hier sehe ich auch noch Glas, was wir noch abbauen können. Und ja, haben wir es doch. Ja, so sieht es aus. Dann nehmen wir das mit. Ich lasse mal den hier. So, einmal eingesammelt. Gut, hier geht es nochmal hoch. Dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Hm, nicht viel. Keine Ahnung, worum es hier hoch geht. Und mir krabbelt die Nase. Also, wenn ich mal niesen muss, dann hoffe ich, dass ich so schnell das Mikro noch auskriege. Ansonsten wird es kurz laut. Hier waren wir noch nicht drin, definitiv. Was haben wir denn hier eingenommen? Baseball. Sehr gut. So, da ist noch ein Schrank. Sehr gut. Da ist nochmal Treibstoff. So, ich glaube, das sind wir soweit durch. Dann nehmen wir noch das mit. Ich habe nichts zu essen. Keine Pflanzen. Oh, wow. Ähm. Keine Pflanzen. Oh, wow. Das war aber auch knapp, ne? Gut, einmal Tür zu. Einmal Tür zu. Ich muss mal hier was zu essen organisieren. So, mal ganz kurz hier. Ja, es steht ja dabei, wir sollen von diesen neuen Köter, von diesen blauen, das sollen wir essen. Und ich habe immer noch nicht geschaut. Wir wollten doch nochmal in die Datenbank schauen. Ähm. Dass wir eben das brauchen. Und das kriegt man aber nicht aus dem Zeug raus. Ne? Trotzdem soll man, sagt er uns, ich soll das nehmen, was der hier hochbringt. Und das soll ich essen. Ist, was gefangen wurde, um die Photophobie zu heilen. Tja, und das muss ich jetzt kochen, oder was? Ne, warte mal. Leuchten die Staubmotte, Insektkannen, oben in Staubschicht, bla bla bla, das ist das übliche. Das lesen wir schon seit Ewigkeiten. Wir haben ja nur auch mittlerweile schon etliches gegessen. Ähm. Ja, ich koche die jetzt nochmal. Und dann werden wir mal sehen, was er dann macht. Hm. Ja, so ist es halt. So, ich muss mal ganz gucken, dafür braucht man den Kolander, ne? Den haben wir nicht gefunden. Ähm. Ja. Wir könnten, glaube ich, auch mal aufrüsten auf die automatischen Sammler. Ja. Was hat er denn gefangen hier? Weißt du was? Ich esse dich mal kurz vor. Ne, das ist falsch. Der bringt mir da ständig dann, dass ich mich wieder neu vergiftet habe, ne? Hm. Komisch. Echt komisch. Ja, und das ist dasselbe in grün, ne? Haben wir gerade gegessen. Tja, weiß ich auch nicht. So, das ist erstmal fertig. Dann esse ich dich mal. Das war, glaube ich, auch nicht so ein Dopp-Roller, ne? Also ich komme hier nicht ganz klar. Krankheiten heilen. Hm, hm. Ne, das macht gar nichts. Also das ist immer noch da. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hm. Werden wir irgendwann rausfinden, denke ich. So, dann kann ich das nochmal hier kochen. Achtung, ein Sturm kommt. Achtung, ein Sturm kommt. Gut. Ich schaue mal auf unsere Karte. Wir müssen weiter geradeaus. Ich fliege jetzt da rüber. Da, wo es blinkt. Ich hätte jetzt zwar gerne die helleren, weil ich Helium brauche. Da drüben ist hell. Da fliegt man dann hin. Wie hoch sind wir denn? Ja, wir müssen mal ein bisschen steigen, ja? Ja, es fehlen uns noch, glaube ich, noch ein Regal. Es fehlen uns noch die ein oder andere Maschine. Ich habe ja gesagt, ich hätte gedacht, wir haben das freigeschaltet. Aber das war der automatische Fänger. Ich weiß, dass es noch so einen automatischen Sammler gibt, womit wir Rohstoffe sammeln können. Den habe ich schon ausfindig gemacht. Aber es scheint ein bisschen Zufall zu sein, wo wir hier etwas finden. Zumindest ist es meine Vermutung. What? Ach, das war ein Blitz. Okay. Okay, die ist erst mal fertig. Ich würde die mal in den Kühlschrank legen. Erst mal die frisch haben. Ich hoffe, die hält sich eine Weile. Fast drei Tage. Sehr gut. Gut. Okay. Dann würde ich mal schauen. Und wir haben hier... Das Gestöhne geht mir aber auch ein bisschen auf den Nerv. Das ist wie in einem anderen Spiel. Mhm. So. Ich habe ja hier so ein paar schöne Sachen. Und wir haben hier ja letztens das Hängeregal gefunden. Und da würde ich sagen, wir bauen davon mal das ein oder andere und setzen das mal probeweise. Das ist zum Beispiel auch uns günstig gesetzt. Das hätte hier mehr an den Rand gemusst oder an die Mitte. Das wäre besser gewesen. Aber... Ja, mal gucken, was wir jetzt mit dem Hängeregal rumkriegen. Dann können wir das vielleicht nochmal umsetzen. Wow. Ähm... Ja. So, ich habe schon eins gemacht. Das heißt, wir haben zwei Stück. Ja. Und... Ähm... Warte mal. Wo bist du? Hier. Da kannst du dich mal laden. Das ist immer sehr gut. Mal gucken, ob wir das hier hinbekommen. Bekommen wir das hier in die Ecke? Nee. Dann, ähm... Ups. Wäre ich das mal so machen, dass ich das hier wegnehme. Und... Wir fangen mal an, hier... den Schrank zu setzen. Macht er das so schräg hier? Aber dann setzt er es nicht. Gut. Dann bleibt es so. Gut, da haben wir das. Dann können wir hier noch einen daneben setzen, hoffe ich. So, da haben wir zwei Schränke. Wie viel haben wir denn? Was? Neun Stück? Das ist ja nicht viel, ne? Das ist ja wie die Kisten hier. Wo sind die? Hm. Das ist ein bisschen enttäuschend. Neun Stück. Da hast du sechse, glaube ich, dringend, ne? Sechse hat man nicht, oder? Ja. Neun ist nicht der Brüller, aber gut, ist okay. Dann ist es halt so, ne? Ich tue das jetzt mal hier rein, auch den Baseball. Also, wir haben hier hinten irgendwo, können wir mal das reintun. Und ich würde sagen, ich kann mal schauen hier. Ja, dann, 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 dann. Das kann ich mal noch zurück tun. Treibstoff kommt hier unten hin. Die haben wir hier gefunden. Das kommt mit hier oben hin. Glas. Kein Glas. Dann tun wir das hier mit rein. Und, das kommt hier mit rein, wenn es passt. Und noch einmal das. Gut, dann können wir los machen. Gut. Hier geht es abwärts. Das ist schlecht. Dann gehen wir hier lang. So, da schauen wir mal, wie gesagt, im Schnelldurchgang hier. Es sind halt nicht die richtigen. Ich müsste nur noch die Doppellichter jetzt erstmal anfliegen. Denn dort liegen ja auch die Blaupausen im Endeffekt. Ei, Briefkasten. Das ist ja mal eine heiße Nummer. Ein Briefkasten. Kaputtes Radio. Habt ihr noch funktionierende Funkgeräte zum Tausch? Unser letzter Empfänger hat den Geist aufgegeben. Wir können jede Menge handgefertigte Kürbe und Kleidung von unten anbieten. Krass. Das ist ja mal krass. Warte mal, ich muss den mal mitnehmen. Keuscht da sich hier wirklich einen ab? So, Plastik ist immer gut. Haben wir. Das ist ja mal eine heiße Nummer mit dem. Also, es ist wirklich echt cool. Komm auf, das Spiel. Kannst du nicht meckern. Kannst du nicht meckern. So, da haben wir wieder das. Ich nehme das mal mit hier. Das nehme ich auch mit. Da ist nichts weiter. Trotzdem heftig, wie sie das gebaut haben, ne? Das war nix. Und dann nehmen wir den hier. Der sieht gut aus. Einmal ducken. Genau, einmal lichtern. Mir krabbeln. Mir krabbelt die Nase. Also, wie gesagt, wenn ich niesen muss, dann hoffe ich, ihr haltet euch die Uhren zu. Was haben wir denn? Sonne benötigt Zeichenwerkzeug. Neuen Bauplan. Und dunkle Biene benötigt Zeichenwerkzeug. Das sind... Sollen das Lampen sein? Keine Ahnung. War ein bisschen schwer zu erkennen. Ähm... War auch. Ja. Okay. Davon brauche ich jetzt nichts weiter. Da gehe ich nochmal hinschauen. Mhm. Jede Menge Flicken. Ja, klar ist nämlich weiterhin mit. Da sind wir noch nicht fertig, ne? Was das Bauen angeht. Definitiv. Hm... Da hätte man mal... Ja, hätte man mal. So, haben wir denn hier noch was? Das haben wir, das haben wir. Ich glaube, wir sind durch, ne? Gut. Dann geht's weiter. Machen wir nicht lange rum. Fliegen wir mal zu dem hier drüben. Machen wir mal zu dem hier drüben. Machen wir mal zu dem hier drüben. Ja. Ja, das kann sein. So. Glas hat hier hinten, ne? Siehst du, jetzt ist das Licht schon wieder. Ich hab es gerade angemacht. Ja. Vielleicht war ich es aber in dem Moment gerade selber. Ne. Ja. So. Das können wir hier vorne mit reinhauen. Das ist aber auch heute hier. So. Hm. Da haben wir noch dafür was übrig. Ne. Das passt alles nicht mehr. Gut. Ich nehm mal hier zwei davon mit. Und ich würde mal ganz kurz was mit euch probieren wollen. Und zwar mach ich das mal so. Wir haben ja hier. Ich mach jetzt das Licht an. Hier. Das ist ja. Das ist ja grauenvoll. Wir haben ja hier die Möglichkeit auch. Wir haben das Cockpit. Seit wann haben wir das Cockpit? Hab ich wohl die ganze Zeit übersehen. Wir haben ja Metallwände, Fensterwände, Metallböden. Plastikwannen, Glasboden und Türen. Dann haben wir hier die Relings und das Ganze. Und wir können natürlich auch hier erweitern. Ganz klar. Das ist das kleine Cockpit. Das ist das große. Das ist ein doppeltes. Ne. Wie es aussieht. Das ist ja mal scharf. Das habe ich eigentlich schon lange gewartet. Und ich weiß nicht, wann wir es gekriegt haben. Aber naja. Ist egal. So. Wir haben die Metallböden. Und damit können wir natürlich hier unten das machen. Wenn die Kisten weg sind. Aber wir können das auch zum Beispiel hier oben machen. Und da bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Wenn ich das nämlich jetzt hier rein mache. Ne. Ihr seht. Wir haben hier nichts. Wir haben hier nichts drin. Ich nehme das jetzt. Metallboden. Macht das rein. Und jetzt haben wir sogar Licht. Das ist ja mal eine scharfe Nummer. Und das bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Das ist echt übel. Das kann man doch sagen. Dass da Licht mit reinkommt. Finde ich dann schon. Naja. Hätte mal einer sagen können. Und schon wird es hier alles ein bisschen heller. Ist das jetzt weg? Ne. Bild ist noch da. Okay. So. Wir sehen. Wie wir sehen. Sehen wir nichts. Und es werde Licht. So. Wir haben ziemlich viel Metall. Oh. Krass. Metall wollte das jetzt wissen. Ja. Komme ich gerade nicht ran. Aber wir haben auf alle Fälle erstmal ein bisschen Licht. Es wird ein bisschen heller. Wir haben auch die Möglichkeit. Ich tue das erstmal hier wieder zurück. Bam. Bam. Dann tun wir das noch. Ne. Das nicht. Das noch zurück. Wo habe ich denn diese Sachen hier her? Naja gut. Warte mal. Ich muss das mal hier ein bisschen rüber tun. Das tust du es denn nicht rüber. Oh wow. Das ist ja. Na ja. Ihr seht doch. Ich habe die ganzen Kisten hier drin. Ich habe hier noch Energie Sachen drin. Und so weiter und so fort. Ja. Ich würde aber gerne die Sachen hier rein tun. Hä? Warum machst du das nicht? Jetzt. Okay. Falsche Taste. Naja. So. Dann haben wir das schon mal geordnet. Wunderbar. Gut. Das können wir zumachen. Wir gehen. Hier mal schauen. Ich mache mal Licht an. Ja. Wir müssen mal wieder aufpassen. Hier sind wieder Löcher. Nicht dass wir im Keller sind. So. Ich gehe mal hier hin. Wir klettern hoch. Ja. Jetzt beginnt halt das große Suchen von Station zu Station. Und natürlich am fündigsten werden wir einfach bei den Stationen, wo wir die hellen Lichter haben. Die weißen Lichter. Nennen wir mal das Weißlicht. Das ist eigentlich das, was uns was bringt. So. Ich nehme das mal hier mit. Auch wenn wir momentan genug Wasser haben. Na. So. Treibstoff. Da ist nichts drin. Da unten ist auch nichts drin. Ein Verbandspäckchen. Wieder was davon. Das ist auch sehr gut. Hier liegt auch noch was. So. Glas nehme ich mit. Dann ist es das schon. Ja. Dann ist es das schon, ne? Das haben wir. Dann können wir hier runterklettern. Dann gehen wir da drüben nochmal rein. Da sind wieder Pflanzen. Das ist sehr gut. Da gibt es Nahrung. Dann muss ich meine Sammler dafür nicht bequemen. Das Messer hat keine Abnutzung. Ist das auch okay. Und ich müsste mal schlafen, ne? Brauchen wir die ganze Biomasse? Die Pflanzen brauche ich da auch nicht. Da habe ich da auch noch ein paar, ne? Ist ja Biomasse. Können wir Treibstoff herstellen? Ist hier noch so eine Melone? Ne. Aber wir müssen mal aufpassen. Könnte sein, dass hier noch irgendwo eine ist. Da nicht. Hier ist zwei Stück. Ja, da würde ich vielleicht nochmal wiederkommen. Gibt es hier oben noch was? Ne, Landefläche. Oh wow. Aufpassen. Nicht, dass es abwärts geht. Wie gesagt, sollte euch das passieren, drückt euch sofort mal die Escape-Taste und geht auf Befreien. Es könnte sein, dass ihr euch aus der Luft ins Raumschiff zurück teleportiert. Ist vielleicht ein kleiner Cheat. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ich werde es irgendwann mal testen. Aber da mache ich vorher mein Inventar leer. Ne? Das wollen wir natürlich nicht mit Inventar testen. Weil wir ein bisschen was dabei verlieren. So. Hm. Ja. Warte mal. Das kommt alles mal hier rein. Ne, das nicht. So, Flecken haben wir hier hinten. Flicken. Flicken, nicht Flecken. Flicken. Okay. Hm. Klar, was habe ich hier vorne? Hm. Irgendwo. Das können wir aber vielleicht dann auch mal umsortieren. Und ich muss sowieso mal irgendwann ein bisschen hier... Aber dafür brauchen wir noch ein paar Schränke. Und ich muss vielleicht nochmal umbauen. Ah. Das bleibt vielleicht auch nicht aus. Dass wir da nochmal was dagegen tun. So. Dann tue ich das mal hier rein. Das kommt da hin. Hm. Okay. So, ich gehe nochmal die Melone holen. Ich glaube, das ist es dann, ne? Muss ich mal schauen, wo war denn das? Hier. Jupp. Gut. Ja, da haben wir schon wieder alles. Ja, hauptsächlich gibt es ja hier auch Ressourcen auf diesen. Aber wie gesagt, die wichtigen sind eigentlich die hellblinkenden. Weil die haben auch Helium. Helium brauchen wir. Und naja. Das heißt, es geht jetzt darüber. Wir schauen mal hier drauf. Was sagt er? Was wurde beschädigt? Ja. Hier blinkert es aber ganz schön. Hier werden wir, finde ich. So, warte mal. Ich muss mal ganz kurz das Kupfer hier mitnehmen. Wir haben ja etliches verbraucht. Stimm! Ja. Ich wollte dich fragen. So, dann landen wir mal. Wunderbar. So, sehr schön. Da können wir gleich mal was trinken. Ich muss mal ganz kurz mich hierhin hauen, sonst wird es eine kurze Geschichte. So, sollte reichen. So, die Dinger sind fertig. Das heißt, wir können auch was essen. Sehr gut. Ne, dann gehen wir andersrum raus, wenn das geht, ja. So, dann gehen wir erstmal hier rüber. So. Da ist aber nichts mehr. Hier liegt auch nichts. Okay. Da ist Helium. Sehr gut. Ja, ja. Alles gut. Ist eigentlich mit der Lampe, können wir die scannen? Ne. Oh, oh. Sehr schön. Helium ist immer gut. Ja, das ist doch mal klasse. Das waren jetzt so fünf Helium. Eins habe ich noch. Da sind wir bei sechs Helium. Ich glaube, da konnten wir irgendwas forschen, ne. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas machen. Da ist eine Platine. Das ist auch immer wertvoll. Weil die sich auch so bescheiden herstellen lassen. Also, sehr aufwendig. So, das hat man. Das hat man. Das hat man. Dann gehen wir mal hier rüber. Oh, ist hier alles drin. Was zu essen? Ich habe es genau gesehen. Ja, warte mal. Ich habe da gerade so eine Idee. Nee, geht nicht. Gut. Okay, das haben wir alles, oder? Warte mal, hier bin ich irgendwie falsch. Gibt es hier keine Leiter? Auf alle Fälle haben wir hier jede Menge Helium. Sehr erfreulich. Da waren wir. Da waren wir. Da hinten waren wir noch nicht. Nee. Da sehe ich noch ein bisschen Kupfer. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jedem Kupferstück hinterherrennen müssen, ne. So ist es definitiv nicht. Aber. Da sind jetzt 15 Stück einfach mal geschenkt. Nehmen wir sie mit. Hier ist nichts mehr, ne. Ne. Ich warte bloß auf den Moment, wo du mal auf sowas drauf trittst. Und dann ist da, gibt das nach. Ja, dann hast du es erlebt. Da weißt du auch Bescheid. Okay. Gut, jetzt muss ich mal schauen. Wo müssen wir hin? Wir sind jetzt da. Das wäre das. Ich muss mich mal kurz nach links drehen, um das mal abzuschätzen. Was da in der Richtung ist. Ne, das ist nichts. Gut, dann nehme ich mir jetzt den hier vor. Auch wenn das wieder ein ganz normaler ist, den ich eigentlich so gar nicht will. Ja, ich kümmere mich gleich drauf. Ja, ich kümmere mich. gut das haben wir und das ist auch okay gut dann passt das soweit gehen wir mal schauen ich habe Ja, wie sie sehen, sehen sie nichts. So, gehen wir nochmal schnell in das Gewächshaus. Na. Also in dem Fall dann mit Escape rausgehen, ne, aus der Sache. Dann sollte das funktionieren. Na, dann haben wir jetzt hier Schmutzwasser drin, sehr gut. Hier haben wir wieder Früchte. Jetzt muss ich niesen. So, dann hätten wir das auch hinter uns gebracht. Entschuldigt bitte. So, wir sind voll. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob wir jetzt wirklich, wie gesagt, alles mitnehmen müssen. Wir lassen das mal so. Ich glaube, wir haben unseren Zweck hier erfüllt. Wir haben ein bisschen was gesammelt. Und wir können weiter fliegen. So, wir brauchen ja immer noch Eisen, ne. Wie viel macht er das? 15? 10. Na gut. So, da haben wir ein helles Licht. Dann, halt, warte. Das war falsch. Ähm, ich wollte die Taste. Ich wollte ein bisschen steigen. Ah, aber ich muss noch ein bisschen Metall einsammeln. Was? Was? Sind wir zu weit weg? Kann ich ja gar nicht glauben. Das ist aber, willst du mich veralbern? Hä? Ach, vergesse es. Ist das rot oder orange? Nee, das ist orange. Okay. So, wir fliegen uns auf das drauf zu. Wir haben jetzt wieder rechts und links welche. Wir hatten da ganz rechts auch was Nettes vielleicht. Aber ich bin eigentlich mehr für das hier. Also, wie gesagt, die blauen sind momentan die Sachen, wo wir das finden, was wir eigentlich auch brauchen. Blaupausen, etc. Helium. Da wäre auch das nächste da hinten. So, wunderbar. So, dann nehme ich mal das hier. Haben wir schon. Okay. Dann kommt das mal hier rein. Ups. Das kommt hier rein. Ja, und da sind wir schon wieder eine ganze Weile unterwegs, ne? Und wir werden nicht fertig. So, ich tue das jetzt hier mit rein. Das kommt mit rein. Tja, alles voll. Dann mache ich das mal so. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Denn, ja. Bis dahin. Ne, wartet mal. Ich sehe gerade was. Wir machen nochmal ganz kurz. Denn ich glaube, das ist unsere Rätselösung. Wir haben doch unter dem Dunst, sollten wir doch dieses Ding, haben wir doch abgemacht. Und das sollten wir doch scannen. Haben wir nicht gemacht. Das holen wir jetzt nach. Und dann müssten wir Blockade. Messer, Armbrust, Werkzeug erforderlich. Verriegelungsmechanismus. Es ist durch die rauen Bedingungen verrostet. Kann jedoch mit einem geeigneten Werkzeug leicht zerstört werden. Und da hat man doch hier, äh, unter dem Dunst. Und damit ist es nämlich abgeschlossen. Seht ihr? Wo ist es? Ich muss es bloß finden. Abgeschlossen hier. Die Blockade. Und ich habe ja gesagt, die werden wir nochmal anders finden. Ähm. Ja, und damit haben wir das abgeschlossen. Da haben wir noch die Funktürme. Was brauchen wir denn da noch? Äh, steht gar nicht dabei. Na, das ist, hä? 90 Prozent. Okay, dann ist das wahrscheinlich noch offen. Dann ist da noch irgendwas. Entweder das ist eine Überraschung oder es ist halt so. Was haben wir denn noch? Forschungsstationen. Sind wir bei 95 Prozent. Was fehlt uns denn noch? Ähm. Den Heliumkraftstoff, den können wir mal machen. Sollen das wirklich 5 Prozent sein der Heliumkraftstoff? Ist nicht dein Ernst. Scheint aber so. Ähm. Das Vertikovirus, da haben wir den noch nicht, ne? Ähm. Hatte ich den nicht mitgenommen? Der ist verdorben, oder? Ich weiß es nicht mehr. Also den müssen wir nochmal finden. Denn das müssen wir nämlich nochmal machen. Dann haben wir nämlich das auch, ne? Aber prinzipiell ist es eigentlich erledigt. So. Gut. Dann machen wir das hier noch zu Ende. So, dann machen wir das nämlich so. Das können wir nicht aufnehmen, aber wir können das hier mitnehmen. Ja, und dann haben wir nämlich das, was uns noch gefehlt hat. Das ist eine schöne Sache. Ähm. Ja, und dann machen wir jetzt hier weiter noch. Dann tun wir das noch zu Ende looten. Und dann geht es in der nächsten Runde weiter. Hier brauchen wir jetzt die Zelle. Dann können wir hier öffnen. Ich mache mal Licht an. So. Dann nehmen wir die Teile mit. Mittlerweile haben wir wirklich extrem viel davon. Ähm. Ja. Ich glaube, es ist am Anfang ratsam, erstmal ein bisschen rumzufliegen. Und sich hier wirklich so viel wie möglich zu schnappen. Oh. Einfaches Lager. Das einfache Lagerregal. Das ist ja geil. Das sieht auf alle Fälle besser aus, als das, was wir haben. Weil es halt ein bisschen schöner ist. Und ich glaube, das einfache ist für die normalen Kisten. Dann können wir nämlich die wieder, ähm, schön ordentlich stapeln. Und ihr seht mal, wie viel Helium wir hier bekommen. Das ist ja mal eine Nummer. Wo muss ich denn hier lang gehen? Ah, hier. Den habe ich gar nicht gesehen. Wie gesagt, man kann es ja nur hoffen, dass das hält, ne? Ansonsten wird es, naja. Grüßen wir die Leute auf dem Weg nach unten, ne? Huh. So, nehmen wir mit. So, ich glaube, wir müssen was trinken. Haben wir was zu essen dabei? Ne. So, das hatten wir da hinten. Muss ich nochmal hin. Da waren wir jetzt gewesen, ja. Dann gehe ich hier mal hoch. Ob hier was ist? Da ist nicht viel. Ja. Mhm. Ja, ich bin jetzt zu entschuldigen, aber mir läuft gerade die Nase durch das Niesen. Da ist das wie so ein bisschen... Na, weiß auch nicht. Wollt es nur erwähnt haben, weil ich gerade so ein bisschen geschnitzt habe. Seht ihr, hier liegt nämlich wieder was. Na? Und da hinten liegt auch was. Können wir auch mitnehmen. Schöne Sache. Ja. Achtung. Vorsicht. So, jetzt wird es ungemütlich. Wir gehen zurück zum Raumschiff. Oder Luftschiff, besser gesagt. Ja, da würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Wir haben heute doch ein paar Sachen gelöst. Wir haben das unter... Ja, den Untergrund haben wir gelöst. Hier diese Unter... Also Unterdunstvarianten. Ja, was auch immer. Das scheint wahrscheinlich sich nicht aufzulösen. Oh, das wird eine Überraschung. Wir müssen nochmal so eine Grasgrille hier finden, dass wir das noch machen können. Das war sowieso mein Ziel. Und ich kann noch in der nächsten Folge, wenn wir nochmal ein bisschen umbauen, da muss ich aber wahrscheinlich erst nochmal ein bisschen zurück sammeln. Und dann können wir auf alle Fälle mal hier noch ein paar Dinge erweitern. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir mal so ein paar Bilder angeschaut von verschiedenen, die das sich gebaut haben. Und es gibt ja... Oder was auch selber der Spielebetreiber hier gemacht haben an Sachen. Das ist schon wirklich immens, was du machen kannst. Und ich würde einfach mal das Dreireich nach hinten ziehen. Dann haben wir hier eine Lagereinheit. Dann können wir vielleicht nochmal eine Trennwand oder sowas einziehen irgendwie. Also, das kann schon ganz nett werden. Ich werde hier nochmal ganz kurz schauen. Einen Metallboden haben wir nicht. Fehlt mir Metall und das andere. Ja. Können wir mal ganz kurz schauen. Haben wir hier noch was? Haben wir auch. Dann prüfe ich nochmal, ob wir hier das setzen können. Ja, und das geht halt nicht. Das finde ich ein bisschen blöd, wenn hier was steht, dass man dann den Boden nicht setzen kann. Muss man immer alles umräumen. Aber muss man halt vorher sich entscheiden, ne? So sieht es aus. Bedanke mich fürs Einschalten nochmal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Und bis zur nächsten Folge. Oder vorne Blinker 2. Da müssen wir hin. Sehr gut. So. Und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.